Am Morgen des 15. Juli 2018 gönnte die 48-jährige alleinerziehende Mutter Kimberly Dobby ihren elfjährigen Zwillingssöhnen ein Frühstück in einen Donutladen in Lewiston, Maine, bevor sie sich auf den Weg machte, um einige Besorgungen zu machen. Die erste Station des Trios nach dem Essen war eine nahegelegener Waschsalon. Doch leider sollte es auch ihre letzte Station sein. Um 9.30 Uhr wurde Kimberly von der Überwachungskamera erfasst, wie sie vor den Türen des Waschsalons stand und mit ihrem Handy telefonierte, während ihre Kinder ein paar Meter entfernt unter ihren wachsamen Augen spielten. In den folgenden, erschütternden Momenten zeigen die Überwachungskameras, wie ein älterer Mann in aller Ruhe mit einem Messer auf Kimberly zugeht. Bevor sie reagieren kann, wirkt er wie wild auf sie ein. Ein anderer Waschsalonbesucher, der Geschäftsmann Dennis Fischer, wurde durch ihre Schreie aufmerksam und eilte ihr zu Hilfe. Ohne auf seine eigene Sicherheit zu achten, geht er auf den Täter los und bringt ihn zu Boden. Anschließend hielt er ihn fest, bis die Polizei ein paar Minuten später am Tatort eintraf. Während sie auf Hilfe warteten, trösteten Anwesende Kimberly, die immer noch bei Bewusstsein war. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, machten sie sie schnell daran, Kimberly zu stabilisieren, aber leider konnte sie trotz der Bemühungen aller Beteiligten nicht mehr gerettet werden. Während ihr Körper in den Krankenwagen verladen wurde, tröstete die Menschenmenge, die sich vor dem Waschsalon versammelt hat, die Zwillinge, die jeden schrecklichen Moment der Tat miterlebt haben. Der Täter dieser grundlosen Tat, der 77-jährige Albert Flick, wurde in Gewahrsam genommen und des Mordes an Kimberly angeklagt. Die Ermittler fanden bald heraus, dass das Opfer und der Mann, der sie am helllichten Tag vor Dutzenden von Zeugen ums Leben gebracht hatte, einst miteinander befreundet gewesen waren. Während sie in der Mission Hope Haven Gospel in Lewiston wohnte, besuchte Kimberly mit ihren Söhnen oft die örtliche Bibliothek, wo sie Zeit am Computer verbrachte, während die Jungen lasen und mit dem Spielzeug spielten, das die Einrichtung zur Verfügung stellte. Dort hatte sie das Unglück, Flick zu treffen. Flick war ein regelmäßiger Gast in der Bibliothek und tauchte immer dann auf, wenn Kimberly und ihre Söhne in der Bibliothek waren. Anstatt sich von seiner etwas aufdringlichen Anwesenheit abschrecken zu lassen, hatte Kimberly eher Mitleid mit dem einsamen alten Mann, der gerne Smalltalk machte, während er Puzzles zusammensetzte. Was Kimberly über den älteren Herrn, der keiner Fliege etwas zu leide zu tun schien, nicht wusste, war, dass er eine lange kriminelle Vergangenheit hatte, die bis in den 70er Jahren zurückreichte. Eine Hintergrundüberprüfung von Flick ergab, dass er seine Frau Sandra am 31. Januar 79 mit einem Messer ums Leben gebracht hatte, drei Wochen nachdem sie die Scheidung eingereicht hatte. Nachdem sie einen übergriffigen Ehemann ertragen hatte, der ihr schon kurz nach der Hochzeit zu schaffen machte, hatte die 35-Jährige endlich genug. Da sie wusste, dass ihr Leben aufs Spiel setzte, hatte Sandra beschlossen, sich von Flick zu trennen, komme, was wolle. Da sie damit rechnete, dass ihr Mann die Nachricht nicht gut aufnehmen würde, hatte Sandra die Polizei von Westbrook angerufen und darum gebeten, dass ein Beamter bei der Zustellung der Scheidungspapiere anwesend sein sollte. Da sie um ihre Sicherheit und die ihrer zwölfjährigen Tochter Elsie aus einer früheren Ehe fürchtete und sich sicher war, dass Flick niemals von sich aus das Haus verlassen würde, bat sie außerdem darum, dass er vom Grundstück begleitet wurde. Dank des Einsatzes von der Polizei und Justiz verlief Sandros Versuch, die Beziehung auf legalem Wege zu beenden reibungslos. Am Tag von Sandros Mord war Flick in der Wohnung vorbeigekommen, angeblich, um einige seiner Habseligkeiten abzuholen. Da er einen ruhigen Eindruck machte, hatte sie zugestimmt, ihn nehmen zu lassen, was er brauchte. Als er drinnen war, holte er nicht seine Sachen, sondern ein Messer. Während er damit auf seine entfremdete Frau einwirkte, sagte er ihr wiederholt, wie sehr er sie liebte. Eine verängstigte Elsie hatte die ganze Szene durch einen Spalt in der Tür beobachtet. Aus Angst, die Nächste zu sein, war das junge Mädchen nach nebenan gelaufen und hatte ein Nachbar gebeten, die Polizei zu rufen. Sandra, die 14 Wunden erlitten hatte, brachte irgendwie die Kraft auf, in den Hausflur zu taumeln. Bevor sie ihren Verletzungen erlag, erzählte sie den Nachbarn, dass Albert Flick der Täter war. Als die Polizei eintraf, fand sie Flick vor. Seine Hände und seine Kleidung waren blutbefleckt. Flick wurde vor Gericht gestellt und des Mordes an Sandra für schuldig befunden. In der Strafzumessungsphase wurden seine Familienmitglieder als Läumdungszeugen aufgerufen. Im Zeugenstand beschrieben sie den verurteilten Täter als guten Mann, dessen schlimmen Taten das Ergebnis einer übergriffigen Kindheit waren. Flick wurde zu 30 Jahren hinter Gittern verurteilt, wurde aber wegen guter Führung neun Jahre früher entlassen. Für diejenigen, die mit seinen Neigungen vertraut waren, war dies keine Überraschung. Da sich seine Feindseligkeit ausschließlich gegen Frauen richtete und keine Frauen in der Nähe waren, war er im Gefängnis sanft wie ein Lamm. Nach seiner Entlassung kamen Flick Schattenseiten immer wieder zum Vorschein. Im Jahr 2007 wurde er verhaftet, weil er eine Frau eine verpasst hatte, mit der er zu dieser Zeit zusammen war. Nach Angaben des Opfers hatte er während eines Streits auch mit einer Gabel auf sie eingewirkt. Drei Jahre später verletzte Flick eine andere Frau mit einem Messerstumpf, bevor er sie mit einem Schraubenzieher verfolgte. Die Frau rannte um ihr Leben und konnte glücklicherweise nahezu unverletzt entkommen. Als die Polizei Flick einholte, hatte er versucht, sich in einem halbherzigen Akt aufzuhängen. Nachdem er einen kurzen Denkzettel bekommen hatte, war er im Handumdrehen wieder auf freien Fuß und machte seine alten Geschichten weiter. Später, im selben Jahr, wurde Flick wegen häuslicher Übergriffe und Bedrohung verhaftet. Die Anklagen stammten von einem Vorfall, bei dem er mit einem Steakmesser auf eine Frau eingewirkt hatte. Der Richter räumte zwar ein, dass Flick in der Vergangenheit Frauen übergriffig behandelt hatte, vertrat aber die Ansicht, dass der Angeklagte, der damals knapp 70 Jahre alt war, mit der Zeit aus seinen Neigungen zur Tätlichkeit herausgewachsen würde. Die Staatsanwältin Catherine Tierney war anderer Meinung und argumentierte, dass Flick, der nie ein Fünkchen Reue für seine Verbrechen gezeigt habe, keine Anzeichen dafür gezeigt habe, dass eine Änderung seines Verhaltens in Sicht sei. Sie war der Meinung, dass er sich mit dem Alter nicht bessern würde. Menschen, die von Natur aus schlecht sind, können sich selbst nicht als das erkennen, was sie sind und Flick war da keine Ausnahme. Am Ende wurde Flick zu acht Jahren Haft verurteilt und war nach vier Jahren wieder draußen. Wieder einmal hatte das System nicht die Gesamtheit seiner Untaten berücksichtigt. Nach seiner Entlassung im Jahr 2014 begann der 72-jährige Flick berichten zufolge, eines seiner früheren Opfer zu verfolgen, sie in der Öffentlichkeit in die Enge zu treiben und ihr zu drohen, dass sie ihren Anteil schon noch bekommen würde. Obwohl sein Bewährungshelfer einen Bericht vorlegte, in dem er als gefährlich gegenüber Frauen beschrieben wurde, funktionierte Flicks armer alter Mann Nummer immer wieder. Anstatt für einen längeren Zeitraum ins Gefängnis zu gehen, wurde er zur Strafe für den Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen für zwei Jahre ins Gefängnis zurückgebracht. Neben Mord und Tätlichkeit stand auf Flicks langer Liste von Vergehen auch die Manipulation von Zeugen, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass er diejenigen, die ihn anzeigten, bedrohte. Er hat immer wieder bewiesen, dass er eine Gefahr für andere ist. Leider wurde sein mangelnder moralischer Charakter vom Rechtssystem nicht erkannt. Flick lebte bei seinem Neffen in Lewiston, als er Kimberly zufällig kennenlernte. Er war sofort in die hübsche, aufgeschlossene Frau verliebt, die all das war, was er nicht war, und setzte alles daran, sich bei ihr beliebt zu machen. In dem Glauben, dass der schnellste Weg zum Herzen einer Frau über ihre Kinder führt, lud Flick die Jungs von Zeit zu Zeit zum Mittagessen ein. Obwohl allen auch Kimberly klar war, dass er an mehr als nur einer Freundschaft interessiert war, hatte sie ihm so schonend wie möglich zu verstehen gegeben, dass es nie dazu kommen würde. Entschlossen, die Frau seiner Wahl für sich zu gewinnen, verfolgte Flick Kimberly unermüdlich und lief ihr ständig hinterher. Sie war es leid, dass er sich in jeden Aspekt ihres Lebens einmischen wollte und bat ihn letztendlich, sie und ihre Kinder in Ruhe zu lassen. Etwa zur gleichen Zeit erhielt Kimberly die Nachricht, dass für sie und ihre Söhne eine Wohnung in der eine Stunde entfernten Stadt Farmington gefunden wurde. Überglücklich über die Aussicht auf eine eigene Wohnung begann die Familie, sich auf ihr neues Abenteuer vorzubereiten. Als Flick durch die Gerüchteküche erfuhr, dass Kimberly umziehen wollte, war er außer sich. Anstatt sich damit abzufinden und mit seinem Leben weiterzumachen, beschloss er, dass sie nirgendwo hingehen sollte. Dafür würde er mit allen Mitteln sorgen. Zwei Tage vor der Tat kaufte Flick ein Schälmesser, um sich auf das vorzubereiten, was kommen würde. Am 15. Juli, einen Tag bevor Kimberly und die Zwillinge Lewiston verlassen sollten, ging Flick auf sie zu und beendete, ohne ein Wort zu sagen, ihr Leben, während ihre verängstigten Jungen zusahen. Es war eine feige, aus Boshaftigkeit herausbegangene Tat, die er ohne einen Hauch von Reue ausführte. Am 17. Juli 2019 befanden die Geschworenen Albert Flick nach einer 40-minütigen Beratung des Mordes an Kimberly Dobby für schuldig. Drei Wochen später wurde er zu einer 25-jährigen bis lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wenn ihm das Glück nicht noch einmal zur Seite steht, wie schon unzählige Male in der Vergangenheit, wird er den Rest seines Lebens in einer Gefängniszelle verbringen, wo er zweifelsohne hingehört. Vor jenem schicksalhaften Tag im Jahr 2018, als er eine unschuldige Mutter ums Leben brachte, war Flick bereits ein Drittel seines Lebens wegen Verbrechen gegen Frauen inhaftiert gewesen. Leider hatte Kimberly von dieser beunruhigenden Tatsache nichts gewusst. Wie so viele andere hatte sie in diesem Mann, der die unheimliche Fähigkeit besaß, seine Verachtung für die Frauen zu verbergen, nichts Böses gesehen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Diejenigen, die noch lebten, um die Wahrheit zu sagen, wussten nur zu gut, dass Flick nur eine gewisse Zeit lang so tun konnte, als sei er harmlos. Wenn der Vorhang zurückgezogen wurde und sein wahres Wesen zum Vorschein kam, war keine Frau mehr sicher. Frick 2 Frick 2 Frick Thach 3 2 1 1 2 1 1